Hier sehen wir eine Computersimulation eines ganz einfachen sozial-ökologischen Systems, welches nur aus zwei Förstern und einem Wald besteht. Hier in diesem Fall hat jeder Förster seinen Privatwald, somit handelt es sich eigentlich um zwei separate sozial-ökologische Systeme. Der grüne Förster erntet 50 Prozent eines Baumes in jeder Modellrunde und der rote Förster erntet 90 Prozent eines Baumes. Wenn wir nun auf eine Runde klicken, können wir sehen, was in jeder Modellrunde passiert. Die Förster laufen umher und jedes Mal, wenn sie auf einem Baum treffen, ernten sie ihren bestimmten Ernten einen Teil vom Baum. Und die Bäume wachsen auch nach, werden also dann mit der Zeit auch wieder etwas größer. Wie wir sehen in den Ausgabediagrammen, können wir zum Beispiel beobachten, wie sich der Waldzustand von jedem Privatforst verändert, wie viele Förster in jeder Runde ernten und auch, wie ihre kumulierte Erntemenge über die gesamte Modellsimulation sich verändert. Wir sehen zum Beispiel, dass der rote Förster natürlich insgesamt mehr erntet als der grüne Förster. Wenn wir auf Start klicken, dann können wir das Modell einfach weiterlaufen lassen über ganz viele Modellrunden. Und wir sehen tatsächlich, dass eigentlich mit der Zeit, hier sehen wir, dass sich die Linien kreuzen, dass es nun der Fall ist, dass der rote Förster tatsächlich weniger kumulierte Erntemenge hat als der grüne Förster. Warum ist das so? Nun, der rote Förster hat eine Erntemenge, die einfach viel zu groß ist, verglichen mit der Wachstumsrate der Bäume. Das heißt, der rote Förster erntet auf eine Art und Weise, die nicht ökologisch und wirtschaftlich nachhaltig ist auf lange Zeit. In diesem Fall also können wir sagen, dass der grüne Förster tatsächlich nachhaltig seinen Privatforst bewirtschaftet. Der grüne Förster ist also im Grunde der Clevere, wenn es um die Bewirtschaftung seiner natürlichen Ressourcen geht. Wie sieht es nun aber aus in dem Fall, dass sich die beiden Förster einen gemeinsamen Wald teilen? Jetzt haben wir wirklich eine Situation, dass dies das gesamte sozial-ökologische System darstellt. Wir lassen alles andere gleich. Der grüne Förster erntet nur 50 Prozent eines Baumes und der rote Förster nur 90 Prozent. Wenn wir auf Start klicken, dann können wir also wieder beobachten, wie sich dieses System über längere Zeit entwickelt. Wir sehen also, dass der rote Förster aufgrund seiner höheren Ernterate immer eine größere kumulative Ernte erhält als der grüne Förster. Irgendwie ist er also der Schlaue, der sich von seinem, von der Amende-Forst einfach mehr nimmt als der grüne Förster. Nun können wir überlegen, dieses Modell ist natürlich ein ganz einfaches. Die Förster rennen einfach nur umher und ernten ihre Bäume. Sie achten eigentlich gar nicht aufeinander und beobachten nicht, was der andere macht. Sie kommunizieren nicht miteinander. Sie haben keine Emotionen. Sie haben keinen Sinn für Gerechtigkeit. Ihnen ist das eigentlich völlig egal, was sonst passiert. Sie haben ein ganz einfaches Verhalten. Wie würden denn Menschen in dieser Situation reagieren? Wenn du der grüne Förster wärst, was würdest du tun? Nun, eine Möglichkeit wäre, wenn man der grüne Förster ist, sich zu ärgern über den roten Förster und zu denken, das ist ja ungerecht. Ich, warum soll ich der böde sein, der weniger erntet und weniger von der Ernte hat von unserem gemeinsamen Wald. Also sehe ich zu, dass ich mindestens genauso viel ernte, vielleicht sogar noch mehr als der rote Förster, weil ich einfach verärgert bin und weil mir Gerechtigkeit wichtig ist. Dann sehen wir aber, dass der gemeinsame Wald unter dieser Situation drastisch in seinem Zustand sich verschlechtert. Auch sehen wir, dass die Erntemenge der beiden Förster nun nicht mehr Schönstein nach oben geht, sondern abflacht. Dies ist also die Situation, die wir mit der Tragik der Almende meinen. Weil jeder Förster denkt, er will seine Ernte erhöhen, führt das letztendlich zu einer Situation, die für beide schlecht ist. Eine ganz andere Möglichkeit wäre es jedoch, wenn der grüne Förster versucht, mit dem roten Förster zu reden, wenn sie versuchen, sich einig zu sein, wenn sie gemeinsam Regeln aufstellen. Es kann aber auch sein, dass der rote Förster vielleicht sich schuldig fühlt, er fühlt sich beobachtet und ihm ist es also vielleicht auch wichtig, ein guter Mitspieler zu sein. Und deswegen einigen sie sich vielleicht auf eine bestimmte Rate, die letztendlich dafür sorgt, dass beide auf lange Zeit eine hohe Ernte erzielen und gleichzeitig auf lange Zeit ihr gemeinsamer Forst gesund bleibt und auf lange Zeit als Ressource für sie zur Verfügung steht.